Ich vergleiche mich nicht mit meinem 30-Jährigen, ich vergleiche mich, wenn überhaupt, und eigentlich gar nicht mehr mit Leuten in meinem Alter. Und zwar, was machen die? Und da hole ich mir eher Impulse und nicht, wie sehen die aus? Klagen, Lachen, Klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürthi und ich spreche heute mit Lisa Ortgies. Sie ist Moderatorin, Schriftstellerin, Feministin und Podcast-Gastgeberin von Lisas Parshit. Und sie ist eine Frau, die vor sechs Jahren mit 51 einen Herzinfarkt hatte. Wie kann man dem Körper verzeihen, wenn man sich so sehr im Stich gelassen fühlt? Wie kann man wieder auf sein Herz vertrauen, wenn es fast versagt hätte? Lisa spricht über die grundlegende Erschütterung, die der Infarkt in ihr auslöste, und über seine katalysierende Wirkung. Darüber, wie Dinge, Menschen, Beziehungen eine neue Bewertung erfuhren, wie Lisa im Zeitraffer erwachsen wurde und ihren Körper und ihr Leben neu kennen und schätzen lernte. Es ist ein eindringliches und inniges Gespräch über das Älterwerden und darüber, dass wir uns nicht wappnen können gegen die Schmerzen und die Abschiede, die kommen werden. Aber wir können sie fühlen. Danke, Lisa, für das intensive Gespräch und danke an euch fürs intensive Zuhören. Also, erstmal herzlich willkommen in meinem Podcast Frauenstimmen, liebe Lisa. Danke, ich freue mich. Ich freue mich auch. Du hast vor, ich hoffe, ich bin so wahnsinnig schlecht in Zahlen, ich würde sagen, vor ungefähr vier Jahren hast du ein Buch geschrieben. Kommt das hin? Das heißt, ich möchte gerne in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Genau, vor ungefähr vier Jahren ist es rausgekommen. Und wie ist denn das jetzt, bist du jetzt bereit in Würde zu altern oder, weil es ist ja, darüber sprechen wir, es ist eine ganze Menge passiert, es ist nicht nur Zeit vergangen, sondern dir ist viel passiert. Wie ist das jetzt mit dem Älterleben? Ja, also Real Life kam eigentlich nochmal danach, ein ganzer Haufen obendrauf. Ich würde das jetzt ganz anders schreiben oder ich muss jetzt eigentlich die Fortsetzung schreiben, bin ich ja im Grunde auch dran. Wie würde es heißen? Tja, das sollte Humor haben, der Titel wie dieser hier auch, Work in Progress in Würde altern, würde ich sagen. Also ich würde es als Prozess definieren. Das hört nie auf, ehrlich gesagt. Ich finde es auch so komisch, wenn Leute immer die Vorstellung haben, sie kommen irgendwo an oder sie sind in einem Alter oder sind im Ruhestand angekommen. Das bedeutet ja alles das Gegenteil von Leben. Leben ist ja Bewegung, ist ja Weiterentwicklung. Das sind Challenges, wie man so schön sagt. Und das hört ja nicht auf. Das heißt aber, das Jetzt ist jetzt schon da. Das in Würde altern hat jetzt definitiv begonnen. Ich habe aber eine viel bessere Vorstellung davon. Also ich bin vielmehr bei mir, da war ich ja noch, was bedeutet das überhaupt? Ehrlich gesagt habe ich mir doch die Frage gestellt, okay, was sind jetzt die Erwartungen? Müsstest du ruhiger werden? Müsstest du würdevoller werden? Müsstest du über bestimmte Themen reden? Und da habe ich ja noch darüber nachgedacht, was sind denn die Erwartungen? Und da habe ich mich auf den Weg gemacht, das abzuschütteln. Sowohl was körperliche Erwartungen angeht, was Schönheit angeht, was Auftritt angeht und langsam dahin zu finden, wo ich, weil das Buch ist ja praktisch unterbrochen worden durch so eine Herzangelegenheit bei mir, so einen ersten Infarkt. Und da kommst du erst mal ins Nachdenken, kann ich das jetzt überhaupt noch weiterschreiben? Und ich dachte, nee, du machst dich jetzt auf den Weg und fängst an und beschreibst das. Das war ja schon viel zu Papier gebracht. Und dann kam noch eine Menge Klarheit und noch ein paar Fragen dazu. Und das dauert auch bis heute an. Ich sehe das Leben nicht so, als dass es etwas ist, wo man dann irgendwann ankommt. Außer bei sich. Ja, mit dem, was man, dass man sich besser spürt. Nicht schon wieder bei jemand anders ankommen. Nee, nee, darum geht es nicht genau. Den Umweg machen. Ja, ja, ja. Du sprachst eben über das Herzereignis. Ich, also, das klingt jetzt wahrscheinlich völlig blöd. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal jemandem gegenüber gesessen habe, der schon mal einen Herzinfarkt hatte. Das macht mich nervös. Ah ja, okay. Das macht mich nervös, weil ich... Das finde ich interessant. Weißt du, weil ich auch dein Buch zu lesen, du schilderst das ja sehr deutlich, was in dir vorgegangen ist. Du hattest zwei Herzereignisse. Das eine, das erzählst du sicher noch, das eine war ein Broken Heart-Synos. Und dann einen wirklichen Herzinfarkt. Und ich kann sowas nicht lesen, ohne das Gefühl zu haben, ja, kann sich nur noch um eine halbe Stunde handeln. Dann bin ich auch dran. Und jetzt habe ich dich hier auch noch... Ich habe vergessen, so ein bisschen die Hypochondagen-Nummer ist das bei ihr. Genau, das wäre selbstverständlich. Jetzt habe ich dich hier auch noch... Dir geht es aber jetzt gut, ne? Mir geht es jetzt gut. Wahrscheinlich besser als mir. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das finde ich hochspannend, Iltigo. Dass das einen Impact hat auf andere. Ja, ich habe auch das Buch zwischen mir weggelegt, weil mich das so auch tatsächlich beängstigt hat. Wir sind ja in einem... Wie alt bist du? Du bist auch 15. Ich bin 57 gerade geworden. Ich bin 55. Da hattest du den Infarkt ja schon hinter dir. Und ja, ich muss wirklich sagen, das macht mir Angst, wenn ich lese, dass junge oder gerade dabei in Würde alt werdende Frauen in meinem Alter sowas erleben müssen. Da kriege ich Schiss. Das wird dir natürlich nicht passieren, weil du so viele andere Dinge richtig machst. Ich glaube, du bist wahrscheinlich, wenn du guckst, viel mehr bei dir war es das jetzt auch schon in den letzten Jahren. Du hast Dinge anders geordnet mit Sicherheit. Ich kann dir ja nur erzählen, was ich alles falsch gemacht habe, was damit hingeführt hat, was ich überlege. Das klingt, der geht sofort wieder in Medias Reset. Die Frage, das klingt wieder so wie, bist du echt, du warst selbst schuld oder was? Wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil ich das auch wirklich komisch finde, dass teilweise die alternativen Möglichkeiten in der Medizin alle darauf hinauslaufen, dass Menschen jetzt die Verantwortung übernehmen sollen für ihr Schicksal, für ihre Gesundheit und selbst dafür verantwortlich sind, dass sie heilen. Das halte ich für grundfalsch. Das ist genau so eine Überforderung wie die Schulmedizin, die sagt, okay, hier ist die Pumpe, hier ist der Apparat, wir können das reparieren. Mit dem Rest musst du zusehen. Wir können dir nur sagen, was wir für Gründe erachten, warum sowas passiert. Ändere das und dann geht es dir besser und für den Rest sind wir nicht zuständig. Und dazwischen hängst du so als Patient, als Patientin. Das eine ist nicht wahr und das andere auch nicht. Das sind diese Ambivalenzen, da findet sich noch eine Wissenschaft, da findet sich das, was außerhalb der Wissenschaft dazu beiträgt, dass Leute gesünder werden. Und beide haben Recht und beide haben Unrecht. Ich glaube, damit muss man klarkommen. Genauso wie das Organ selbst ja ein Organ ist, das lebt und immer nah an Tod oder Leben ist, sozusagen. In jedem einzelnen Schlag steckt das Stoppen drin, weil der Fluss irgendwann seinen Höhepunkt erreicht in der Kammer. Dann werden nochmal wichtige Infos ausgetauscht. Das muss ich auch alles lernen über das Herz. Also ich habe meinen Körper ja viel besser kennengelernt und vorhin dieses fantastische Organ besser kennengelernt. Und das leistet ja wahnsinnig viel. Und sich das bewusst zu machen, was da alles passiert, da bist du schon auf dem Weg. Aber du wirst ja einen eigenen Weg da finden müssen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Niemand ist verantwortlich dafür. Erstmal muss dir geholfen werden und erstmal stehen da natürlich Notärzte und bringen dich ins Krankenhaus und da wird dir ein Stent reingejagt. Gott sei Dank ist das so. Also da braucht man Hilfe in so einer Situation. Weil du eben sagtest, es hat mich unheimlich beruhigt, auch wenn das natürlich nicht wirklich eine qualifizierte Äußerung ist, dass ich wahrscheinlich nicht an einem Herzinfarkt sterben werde. Weil ich angeblich so viel richtig mache, was ich gar nicht glaube. Trotzdem nochmal die Frage, das heißt, du hast für deinen Herzinfarkt selbst gesorgt? Ich muss im Nachhinein sagen, ich habe nicht selbst dafür gesorgt, sondern es gibt immer so Schwachstellen oder Dinge, die dazukommen. Das ist nie ein Faktor, das ist nie einmal Ursache, Wirkung, sondern da kommen viele Sachen zusammen. Aber was ich sicherlich identifizieren konnte, weil ich auch heilen wollte, war, dass ich Grenzen missachtet habe, dass ich mich nicht gespürt habe, dass ich außerhalb meines Körpers war, wie so viele, die sich selbst optimieren. Wenn du anfängst, das halte ich schon mal für den ersten Fehler oder halte ich für schwierig, dich abzumessen, wie viele Schritte mache ich am Tag, wie ist der Puls in welcher Situation, du nimmst irgendwelche Apple Watches, was es da alles gibt. Du vermisst dich selbst, dann stehst du immer neben dir. Du bist nie in deinem Körper, sondern du hörst auf Geräte, die dir mitteilen, wie es dir geht. Und damit bist du schon mal draußen. Und ich war insofern draußen, als dass ich auch gemacht habe, was ich dachte, was man tut. Man bewegt sich, man joggt. Die Ärzte waren ja total sozusagen irritiert, weil sie meinten, sie haben hier nichts zu suchen. Sie sind 50, sie haben keine Diabetes, sie haben kein Übergewicht. Ich habe mal alle auf einer Party mal eine Zigarette geraucht. Also die ganzen Risikofaktoren trafen nicht zu. Und deshalb konnten die auch nichts mit mir anfangen. Du merkst es auch, die wurden ganz nervös. Was soll ich denn jetzt sagen? Oder ich sollte dann eine Kur machen. Was mache ich denn da? Kam so einer von der Rentenversicherung. Ja, also da sind sie dann acht Wochen oder vier Wochen, sechs Wochen und dann machen sie Gymnastik. Ja, was denn? Ja, Aquagymnastik und dann wird ihnen Atmenbeweg so. Und dann machen sie eine Diät und ich so, jetzt mal ganz ehrlich, sagen Sie mir jetzt mal, ob ich da hingehöre. Und sie sagt zu mir, Sie machen das auf keinen Fall, da haben Sie nichts zu suchen. Und dann fällt dieser Bereich schon mal raus. Da musst du einen eigenen Weg finden. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Ja, wir sprechen über die Schuldfrage. Wer ist schuld? Ich kann identifizieren. Schuld und Ursachen. Genau, also ich stand neben mir, ich habe mein Leben gemanagt und habe organisiert. Ich finde, das ist auch typisch für unsere Generation, dass die Mütter alle so drauf sind, mit dem Schwung der 90er, dieses jetzt wird ganz viel Geld gemacht und das hedonistische bis in die Millennial-Jahre rein. Was so, das lässt sich alles organisieren. Ey, wir haben Power, Powerfrauen, ein Wort, das ich überhaupt nicht leiden kann. Und dir wird das eingeredet und das war wieder eine Projektion. Sagen wir mal, warum du das Wort nicht magst, Powerfrau? Weil ich nehme diese Worte immer und drehe sie um. Und wenn du Power-Mann sagst, dann bist du bei Testicles, dann bist du bei Testosteron. Du meisterpropper, fällt mir ein. Aber da bist du bei einem Männlichkeitsideal, das funktioniert nicht. Und wenn du es umdrehst, dann wird dir unterstellt, du bist dann nur Power. Und Menschen sind rund und haben die Schwächen und die Abgründe und die Absurditäten, die in jedes Leben reingehören, in jedes Wesen reingehören. Und Powerfrauen unterstellen, ah ja, die ist jetzt mein Vorbild und daran kann ich mich festhalten. Ich möchte für niemand ein Vorbild sein. Das unterschlägt die Schwäche, die ja genauso dazugehört. Ich bin gern ein Vorbild für Schwächen, aber bitte nehm mich nicht als Powerfrau, da kriege ich Würgen. Ja, und insofern kann ich dir sagen, was ich mir bei mir selbst alles überschritten habe an Grenzen, weil ich die gar nicht wahrgenommen habe. Für mich war das ein riesen Lernprogramm zu spüren und dieses Herz ist ja jetzt ein für allemal empfindlich. Das ist jetzt die Sollbruchstelle in meinem Körper, andere haben Lunge oder Magen oder sowas. Das heißt, das meldet sich ganz schnell. Das ist manchmal angsteinflößend und das ist wie so ein Damoklesschwert über dir, weil du nie weißt, wenn du da mal nachts aufwachst, okay, hält das jetzt an, der Zustand, dass das so schnell schlägt und ich irgendwie so ein bisschen Hals rein oder geht das wieder vorbei? Und so bin ich jetzt aufgefordert, immer noch ganz langsam zu lernen, das nicht in den Griff zu kriegen, sondern zuzulassen. Aber es ist jetzt mein Seismograph und ich merke jetzt viel schneller, ich kann dir fast immer sagen, wenn ich nachts aufwache und es schlägt mir bis zum Hals und ich habe so einen Zustand, woran es gelegen hat. Dann gehe ich den Tag durch, ich gehe das Wochenende durch und ich kann dir fast immer, ich bin da so ein, noch so eine Analphabetin. Ich bin noch so am Anfang, ich bin mit vielem noch so kindlich, weil ich mir das irgendwann als Kind abgewöhnt habe, muss ich es jetzt so mühsam wieder lernen. Ach, da kauft es übrigens ihr Finger, nicht ihr Herz. Entschuldigung, ja, also, oh Gott, gut, das war es richtig, das darf ich natürlich nicht machen hier, was mache ich, ich mache hier den Zeigefinger. Das ist auch immer blöd autoritär so zu erklären und mir ist es so wichtig, dass eben manche Leute das Glück haben und schon von Anfang an auf ihr Herz gehört haben und da war nie ein Abstand. Bei mir war ein großer Abstand, ich musste das mühsam lernen und ich kann nur rausposaunen, macht das alle, hört hin, so frühzeitig. Kannst du einmal ein Beispiel sagen, also du wachst auf und das Herz schlägt dir bis zum Hals und dann gehst du, dann checkst du erstmal, ist das was akut Gefährliches oder nicht und dann gehst du in Gedanken zurück und sagst, was willst du mir jetzt gerade nachträglich vorwerfen? Genau, also ich gehe in Dialog mit meinem Herz und sage so, okay, gut, was habe ich jetzt wieder gebracht, was dich sauer macht? Also tatsächlich und dann sind es oft Dinge, die ich zugesagt, gemacht habe, wo ich mich auf eine Sache, die mir wichtig war, auf einen Kompromiss eingelassen habe, wo aber Herzschlut drinsteckt. Das Leben sind Kompromisse, aber manchmal sind es Dinge, nein, da kann ich mich nicht verbiegen. Das ist auch Übergang zu werden oder so, das sind auch Sachen, die dir jetzt im Älterwerden öfter passieren, ja, dass du irgendwie gucken musst, ist die Wertschätzung noch bei dem, was mich ausmacht oder kommen da Beurteilungen und Bewertungen, die meinem Alter entsprechen? Das wirst du ja auch, das ist ja oft auch dein Thema. Also wir sind einer unglaublichen Vielzahl von Bewertungen und Einstufungen ausgesetzt in unserem Alter und manchmal werde ich darüber auch sauer und denke so, erst ist es jetzt Mutter, Frau sein, also die ganze Gesellschaft ist immer in so einer Stoppuhr neben dir. Jetzt musst du es geschafft haben, während du noch gut aussiehst, den Job das und das geschafft zu haben. Dann musst du als Mutter es schaffen, die Challenge, alles gleichzeitig geregelt zu bekommen und dann musst du eben in Würde, in Anführungsstrichen, nee, in Schönheit altern. Ständig sind die mit der Stoppuhr an dir dran. Und das von sich zu schieben und zu sagen, Stopp, das ist jetzt hier der lange Abend des Patriarchats, ihr könnt mich mal, jetzt reicht's. Und bei sich zu bleiben, das finde ich schwer. Das heißt, dein Herz macht dich auf Dinge aufmerksam, die du auch gar nicht immer verändern kannst. Du kannst nur deine Haltung dazu verändern, zur Bewertung oder so. Dann merke ich, ich gräme mich und dann denke ich, entwickle ich eine schöne Wut daraus, die man wunderbar gebrauchen kann, um Dinge ins Leben zu bringen. Oder es sind Begegnungen, ne? Ich muss jetzt einmal, so ungern ich das, trotzdem einmal jetzt erklären, wer du eigentlich bist. Du bist zweifache Mutter, deine Kinder sind wie alt? Teenager und erwachsen. Teenager und erwachsen. Du bist getrennt, lebend und geschieden und hattest einen Herzinfarkt. Vor wie vielen Jahren? Der Herzinfarkt war 2017. Und da der ja doch ein einschneidendes Erlebnis, es ist so ein Vorher-Nachher-Ding. Ja, ja. Auch wenn ich es nicht gerne höre, vielleicht höre ich weg. Kannst du einmal sagen, wie das ist? Du merkst, dass ich auch mal einmal schlucken muss, weil ich mich jetzt aufwurde und ich mache das auch gern. Das ist für mich immer noch sehr emotional, weil es dich erschüttert. Also weil es einfach eine ganz tiefe Erschütterung ist. Das schreibst du auch in deinem Buch. Ich bin erschüttert. Das hat mich sofort angesprochen. Ich habe es mir auch rausgeschaut. Ich bin erschüttert. Und das, ja, ich kriege auch schon Gänsehaut, weil ich das genau... Und das heilt auch nach. Und ich glaube, es ist auch okay so, weil es soll mich daran erinnern, dass mein Körper ein ganz krasses Mittel wählen musste, um mich in Line zu kriegen. Also wenn der Körper sagt, wenn du jetzt nicht aufhörst mit diesem Weg und was änderst, dann mache ich dicht. Dann stelle ich diese Herzwand still und ich mache nicht mehr mit. Und das ist so, dass Scham mit dabei, wieso konnte ich das nicht merken, spielt auch mit rein, Schuld gegenüber sich selbst, ganz tiefe Berührtheit, weil du diese Chance bekommen hast. Also das auch zu sehen. Ich habe mich mit meinem Herz angefreundet, wenn es mich vorher genervt hat, wenn es irgendwie sich gemeldet hat zu den falschen Momenten. Ich habe mich damit angefreundet. Es sind wahnsinnig viele Gefühle ausgelöst worden. Es sind wahnsinnig viele Dinge losgetreten worden. Dadurch. Und deshalb bin ich am Ende tief dankbar. Aber der Prozess an sich, dass da was aufhört zu funktionieren, es ist ja nicht so, mit einer Lunge kommst du nochmal eine Zeit lang klar. Ich habe mir gedacht, ich hätte lieber einen Hautausschlag gehabt oder sowas. Einen schlimmen natürlich erstmal. Ich hätte lieber, hätte, hätte Fahrradkette. Das kann man sich natürlich nicht aussuchen. Und ich habe schon darüber gräzeln und gedacht, boah, wie weit ging das, Lisa, dass der Körper so ein krasses Alarmzeichen wählen musste. Also zwischen Leben und Tod. Und das hat mich erschüttert, dass es so weit hat kommen lassen musste. Dass es so weit kommen musste. Hattest du das Gefühl zu sterben? Ja, das ist so ein Vernichtungsschmerz. Du merkst ganz deutlich, hier stimmt irgendwas nicht einfach nur, nicht richtig so wie so eine, weißt du, wie du denkst, das Bein ist eigentlich gebrochen, aber du merkst, die sagen nö, wir sehen da nichts. Und du merkst, hm, es ist nochmal, zehnmal mehr das Gefühl, totaler Kontrollverlust. Totaler Kontrollverlust. Ich habe das jetzt gar nicht mehr, ich bin nicht mehr ich selbst, sondern jetzt regiert gerade, jetzt kämpfen in meinem Körper gerade Leben und Tod gegeneinander. Und dieses Ausgeliefertsein, das ist der Schmerz, dieser Vernichtungsschmerz heißt ja, oder Todesschmerz und dieses Ausgeliefertsein. Sorry, ich weiß gar nicht, jetzt klicken bestimmt ganz viele weg, weil das kann man schwer hören. Aber es ist, es dauert ja nicht ewig, aber das prägt sich für immer ein und wird dann zu so einem, zu so einer ständigen, so einer kleinen Warnung in dir drin. Hallo, bleib dran. Bist du in dem Moment etwas außer Angst, also so eine Form von klarem Bewusstsein, die da drüber ist? Witzigerweise, du kriegst dann ja ganz schnell ein Medikament. Ich muss mal sagen, Morphium ist ja fantastisch. Ich muss bis heute noch lachen, weil ich gedacht, boah, Leute, gut bin ich da nicht. Früher drauf gekommen, weil wenn mich das in der Jugend kennengelernt hätte, ich glaube, ich wäre drauf hängen geblieben. Großartig. Also es ist ja die beste Droge. Also du wirst einfach weggeschossen, du wirst sofort so eine Art kleine Seligkeit, totale Gleichgültigkeit. Das hat dann nichts mehr mit den echten Gefühlen zu tun. Nein. Nee, Gott sei Dank wirst du da erstmal rausgeschossen. Weil du musst daraus, also ich bin für all das total dankbar. Ich bin dankbar dafür, dass innerhalb von Minuten Notärzte im Zimmer stehen, die dich mitnehmen, die sofort beruhigend auf dich einreden. Und ich habe einen tiefen Respekt vor diesem Rattungssystem in Deutschland und bin furchtbar dankbar, dass ich hier lebe. Weil sofort jemand, die wissen genau, wie es dir geht und die sprechen dich sofort an, schauen dir in die Augen und sagen, das und das passiert jetzt so. Und als dieses Morphium begann zu wirken, war ich ja schon ein Stück weg und konnte mir das auch so von oben angucken. Und hatte da mit Leuten zu tun, die dann, Entschuldigung, aber du kotzt von dem Zeug ganz furchtbar. Und das habe ich auch in dem Buch beschrieben, weil das so wichtig war, überall den Humor zu bewahren. Auch über mein eigenes Narrativ mit Humor durchzusetzen. Alländische Essen, du warst vorher in den Kochkurs, extra super gesund Kochkurs, der dich direkt in die Intensivstation geführt hat. Also es ist jetzt nicht so, dass da ein direkter Zusammenhang ist. Das muss man, glaube ich, ein paar Jahre länger machen. Genau, und die dann in der Notaufnahme darüber witzelten, aus welchen. Und die meinte, ich kenne das Restaurant, das ist, glaube ich, diese Vietnamese-Tout. Das war großartig. Ja, und das fand ich so fantastisch. Diese Momente haben bei mir echt geankert, weil da so Leben und Tod im wahrsten Sinne des Wortes so nah beieinander sind. Und ich habe mich echt mit denen da rumgekichert und da habe ich das noch gar nicht richtig erfasst. Aber ich war total dankbar dafür. Die Erschütterung kommt ja später. Mit dem Bewusstsein darüber, du schreibst die Traurigkeit darüber, dass mein Körper mich im Stich gelassen hat. Das rührt mich so an. Du sagst, es ist ja auch eine Zeit lang seit der Vergangenheit. Du sagst, dein Herz ist deine Freundin jetzt geworden. Das war aber ein ganz schöner Weg, weil du bist ja fast verlassen worden von dieser Freundin oder diesem Freund. Ich weiß nicht, wie du... Kannst du nochmal den Werdegang deiner Herzensbeziehung schildern, wie es von der Erschütterung hin zum Misstrauen und dann doch zu dieser Freundschaft kommt? Weil ich weiß nicht, ob andere das auch kennen, aber ich habe so ein... Mein Herz ist mir schon unheimlich. Je mehr ich reinhorche... Das kennt man ja, wenn man einschlafen will. Bumm, 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 bumm. Und dann denkt man, oh, da fehlt doch ein Schlag. Ganz eindeutig. Dann fängt es auch womöglich an zu stolpern. Also mir ist diese Pumpe, diese Lebenspumpe tatsächlich immer auch ein bisschen suspekt, weil ich eben genau weiß, einschlagt zu wenig und dann, wenn es aufhört, ist es vorbei. Diesen Werdegang, wenn du den einmal schildern kannst, deine Beziehung zu deinem Herzen. Also erst diese, direkt danach kommt erstmal genau Erschütterung, dann Unglauben. Das kann mir jetzt nicht passiert sein. Du machst genau das Gleiche durch, wie bei jedem Beziehungsverlust oder so. Und im Grunde auch tatsächlich einen Menschen, den du verabschiedest. Du gehst dazu auf Distanz, du bist total sauer. Wie konntest du mir das antun? Wieso lässt du mich im Stich? Wieso? War doch alles in Ordnung? Ich habe doch Sport gemacht und alles. Dann kommt die Phase der Vorwürfe und erst, wenn du diese Wut hinter dir hast, dann kann die Trauer dahinter, wie du es gerade genau geschildert hast. Das ist das Berührende und da hast du die Chance, anzudocken. Ich bin traurig. Okay, ich nehme das jetzt hin. Ich nehme deine Entscheidung hin. Ich habe das wirklich wie eine Person behandelt sozusagen. Und wir sind da sozusagen dann gemeinsam durch. So ein langsames Anfreunden. Aber ich kann dir sagen, dass ich, man geht da, mir hat es auch durchaus, wie bei allen Dingen im Leben, auch durchaus kurz geholfen, in die Metaebene zu gehen und mir klarzumachen, wie sehr wir alle von unserem Körper entfremdet werden. Und zwar speziell Frauen. Obwohl wir so nah dran sind mit diesen ständigen Terminen beim Frauenarzt. Aber da ist das ja alles einer Funktionalität unterworfen. Also wie unfruchtbar, wie fruchtbar bist du? Kannst du verhüten, kannst du das nicht verhüten? Wie mache ich das? Ich gehe mit Schmerzen dahin, aber es führt ja nicht unbedingt dazu, dass du diesem Körper näher kommst, sondern er hat all diese Funktionen und Unwägbarkeiten und kann dein Leben verändern, weil er schwanger werden kann. Und du gehst eigentlich schon, du lernst früh dazu, auf Distanz zu gehen, in diesem Aspekt und vor allen Dingen im Sinne von Schönheit und Perfektion. Wir werden ab dem Alter, sobald wir laufen und irgendwas empfangen können, was Eindrücke sind, das sind ja Mikrosituationen, kleine Reaktionen, sind wir darauf geeicht, den von außen zu betrachten, einen fremden Blick darauf zu werfen. Und diese Entfremdung habe ich auch noch mal kennengelernt. Also, dass mich das auch betrifft, obwohl ich ja mit diesen Themen als Moderatorin, Frau TV, als Feministin seit Jahrzehnten unterwegs bin. Und ich bin auch darauf reingefallen und habe mich von meinem Körper entfernt. Habe das zugelassen. Und das ist die schlimmste Entfremdung überhaupt. Und dann das wichtigste Organ, das sich da zu Wort meldet, wenn dann noch andere Dinge dazukamen. Also, das hat auch eine Geschichte. Ich musste mich mit meinem Körper anfreunden. Und das habe ich dann wirklich auch radikal gemacht, in dem Sinne, dass ich missionarisch unterwegs bin, damit, was Frauen eingeredet wird, wie sie zu tun haben. Und ich beobachte das bei den Millennials genauso, wie es bei uns funktioniert hat, nur noch viel radikaler. Weil diese Anpassung, wie hat der Körper zu sein, bis weit in die intimsten Bereiche geht. Und dieses Misstrauen daraus entsteht. Wenn meine Anerkennung davon abhängt, dass dieser Körper da draußen akzeptiert wird, dann muss er aber funktionieren und muss er so aussehen. Du gehst zu allem auf Distanz innerlich. Und das hat auch zu meinem Herzen dann am Ende. Das ist aber eine erzwungene Freundschaft. Die Freundschaft wurde dir aufgezwungen von einem Organ, was sagt, sonst bin ich nämlich weg. Entweder du freundest dich mit mir an und du achtest auf mich oder ich mache dicht. Du hast auch in dem Buch geschrieben, dass das beim ersten Warnschuss dir erst mal nicht gelungen ist, dich darauf einzulassen. Also du brauchtest richtig noch mal die härtere Dosis Herzversagen. Wie tief das verankert ist. Dass wir, wie gesagt, unsere Generation, die glaubt hat, es ist alles arrangierbar, es ist alles organisierbar. Das ist für mich so. Wir sind alle so Arbeitstiere mit einem großen Arbeitsethos und schaffen das weg und machen Familie und organisieren. Und genauso bin ich mit dem... Wir gehen krankjoggen, hast du geschrieben. Wir gehen krankjoggen, ja, das ist irre. Und das ist lebensgefährlich. Ja, es ist einfach, vor allen Dingen bei Männern, wenn du dich mit Kardiologie beschäftigst, wie viele da auf der Liege landen, die nicht mehr zu retten sind, weil sie genau das tun, weil du das nicht mehr reparieren kannst. Wenn da ein Virus drin steckt, dann war es das mit der Herzwand. Kann man nicht auf genug sagen. Ich, ja, es war ein langer Prozess, aber Moment, jetzt habe ich auch wieder den Faden verloren, gerade die Frage. Es war eine erzwungene Freundschaft. Erzwungene Freundschaft? Ich kriege das noch nicht genau hin, was du... Ach so, pass auf, genau, entschuldige. Genau das wollte ich gerade erklären. Dieses erste Ereignis war so ein... Da war so ein ganz kleiner Verschluss in der Nebenader, aber vor allen Dingen war es dieses Broken Heart Syndrome. Das heißt, die Herzwand stellt sich stumm. Die funktioniert nicht mehr. Und nach diesem Ereignis habe ich gedacht, oh Gott, war ich auch fertig und scheiße und wieso jetzt und wieso im Urlaub? Und habe aber sofort aus diesem Urlaub, wo das passiert ist, angefangen zu organisieren. Ich war wieder in diesem Managing-Modus. Ah ja, das Buch muss ich jetzt verschieben, dann muss ich die Sendung, dann muss ich da eine Pause einplanen. Wenn ich jetzt zurückkomme, muss ich wahrscheinlich ins Krankenhaus noch mal dort. Und wie mache ich das jetzt? Das Pausenmanagement wurde auch zum Stress, oder wie? Ja, nein, Stress, sondern ich bin in dem Modus, ich war nicht bei mir, sondern ich habe Lisa mit einer Krankheit organisiert und ihr Leben. Und da alle anderen auch so total verwirrt waren drumherum, die anderen trifft das ja erst mal viel mehr. Kinder sind total verunsichert. Partner ist auch total erschrocken und kann damit gar nichts anfangen. Das heißt, du kriegst auch sofort gespiegelt, hier fängt mich niemand auf, ich muss das jetzt selber, ich muss die beruhigen. Das Schlimmste an Krankheit, auch an schlimmeren Krankheiten, glaube ich, ist, dass du das Gefühl hast, du kannst dich nicht einfach fallen lassen, sondern andere kommen mit ihren Reaktionen darauf, weil sie Angst haben, dich zu verlieren oder weil sie selber Todesangst haben, weil das bei ihnen was auslöst. Und dann bist du, wenn du so gestrickt bist wie ich und so sozialisiert bist, bist du sofort dabei. Ah nee, ich muss den anderen beruhigen. Also ich muss den jetzt irgendwie, dass der damit klarkommt, dann bist du wieder nicht bei dir. Also verging ein Jahr und dann habe ich versucht zu organisieren und zu machen, das war es nicht. Und dann kam nochmal der Infarkt und da habe ich den Schuss endgültig gehört. Und das kann ja auch kein Schulmediziner erklären, die sagen mir alle, sie haben Läuse und Flöhe, dafür gibt es keine, ich möchte sie am liebsten mit zur nächsten Konferenz nehmen und in die Mitte des Saals stellen und das sie mal erzählen, weil da sind lauter Fragezeichen. Und ehrlich gesagt ist das auch bis heute so. Soll sich bitte der Kardiologe melden, der dafür eine Lösung hat oder das erklären kann. Ich glaube, Chris von allen Seiten, Meinungen und Dingen, aber ich bin jetzt aufgefordert selber, diesen Lernschritt zu gehen. Dass du jetzt viel gesprochen hast, auch über die Entfremdung von unseren Körpern und dass die dazu führt, dass wir eigentlich im Außen sind und nicht mehr, gar nicht mehr, wir gucken auf die Uhr, wie es uns geht. Auch ich habe ja 20 Schritte gemacht, kann es mir eigentlich noch nicht gut gehen. Ich darf noch nicht rasten. Andererseits macht uns das doch auch körperbewusster. Also ich halte nichts davon, von so normierenden Körpern. Gleichzeitig ist aber doch zu achten auf Gewicht, auf Ernährung, auf Bewegung, auch gut. Also es ist ja wichtig, dass wir uns um unseren Körper kümmern. Ich habe zum Beispiel, ich wollte eigentlich immer dünner sein, als ich bin. Und mittlerweile... Bemerkung von gegenüber, ist perfekt schlank, du siehst super aus. Ja, du weißt selber, wie man natürlich das selber anders sieht. Mittlerweile möchte ich leichter sein, weil ich einfach es meinem Körper leichter machen möchte. Ich merke, dass wenn ich drei, vier, fünf oder auch mal zehn Kilo zu viel habe, das ist nicht gut. Und mal abgesehen davon, wie es aussieht. Deswegen, diese Entfremdung durch Ansprüche von außen, ist die nicht auch ein Anreiz, dass wir uns Gutes tun? Also das kann auf jeden Fall ein Anreiz sein. Das würde ich überhaupt niemandem ausreden wollen. Überhaupt nicht. Und diesen Impuls, ich möchte leichter sein, kann ich total gut verstehen. Weil ich zum Beispiel, so einen Moment hatte ich auch nach den Schwangerschaften, wo ich bei Größe 46 teilweise war und das aber auch gar nicht gemerkt habe, weil nachdem man dieses schwere Kindgruß, dachte ich so, ich bin federleicht, ist doch super, ich schwebe. Nach einer Schwangerschaft fühlt sich alles leicht. Achso, und die Kostümbildnerin beim WDR mir das gar nicht traute zu sagen, sondern hintenrum sagte, ich bin eine Feder, ich bin ein Fisch, ich weiß nicht, ich fliege durch die Lüfte. Also es war so großartig tatsächlich. Ich war so stolz drauf, das ist raus. Ich hatte das Gefühl, das größte Gewicht ist weg und alles. Und dann kriegst du von hintenrum, was ich auch so ein bisschen gemein fand, naja, diese Wendchenmoppel, ist echt schwer, was zu finden. Ich habe das gar nicht registriert. Und irgendwann bin ich die Stufen, vierter Stock raufgegangen und dachte, Puh, du bist echt ganz schön am Pusten, das ist Mist. Aus einem tiefen Wunsch, wie erlebe ich, wie ist mein körperliches Ich? Und da würde ich sagen, das ist ein ganz eindeutig richtiger Impuls. Wovon ich rede, ist, dass du von frühesten Beinen an, auch schon als Teenager, bist du zu dick, bist du zu dünn, bist du, die Brüste wachsen ungleich, diese ganzen Unwägbarkeiten. Und da bist du schon als Kind viel mehr, sobald du dich als Mädchen da sozusagen zeigst, oder erkennbar bist oder so. Und das war bei uns ja noch viel egalitärer, hatte ich das Gefühl. Wir haben Jungs und Mädchen zusammen gespielt. Das ist heute noch viel mehr da oder viel präsenter, wirst du mit Urteilen irgendwie konfrontiert. Im Nebensatz, in Haltungen, in kritischen Blicken. Und wenn du dann auch noch so typisch, weiblich sozialisiert bist, dass du genau darauf achtest, wie reagiert man gegenüber, was braucht man gegenüber, dann wächst du diesen Erwartungen entgegen. Und das führt dazu, dass du von tief, also wirklich von Jugend an, oft entfremdet wirst. Viel mehr als Frau als als Junge. Weil alles, was du als, also diese unterschiedlichen Beurteilen, allein dieses Prügeln habe ich selber in der Kinderphase erlebt. Mädchen, die sich körperlich wehren, Jungs, die sich körperlich wehren, erobern sich die Welt. Das ist ganz normal. Das sind Auseinandersetzungen. Die müssen sich da irgendwie finden und irgendwie auseinandersetzen. Mädchen, die sich körperlich wehren, da habe ich O-Ton erlebt, dass die sofort zum Schulpsychologen geschleppt werden. Weil da kann ja was nicht stimmen. Das betrifft wirklich den Körper an sich und auch, wie er in der Welt ist und wie er agiert. Und ich glaube, das ist so sehr in unsere DNA da übergegangen tatsächlich. Es hat ja auch Einfluss darauf tatsächlich in einem Leben, dass wir das gar nicht mehr unterscheiden können. Und dieser tiefe Imprint ist mir da noch mal klar geworden. Deshalb werde ich jetzt ganz schnell ärgerlich, wenn Frauen dann, ärgerlich will ich gar nicht sagen, aber ungeduldig, wenn ich merke, dass Frauen unbewusst das annehmen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich spüre, ich möchte leichter sein oder ob ich das Gefühl habe, ich müsste mal da wieder reinpassen oder ich müsste die und die Silhouette haben, wenn ich in die Scheibe gucke an dem Haus, wo ich vorbeigehe. Weil ich erwarte, dass ich so aussehe wie die Schaufensterpuppe da drin. Dann ist das mit Sicherheit nicht dein Antrieb. Das kommt nicht aus dir. Das kommt von außen. Ah, das stimmt. Es ist auch zum Beispiel so, dass ich es überhaupt nicht mehr mag, wenn man mir sagt, boah toll, du hast aber abgenommen. Oder dass man mir sagt, wie, du bist 55, das sieht man ja gar nicht. Du siehst ja viel jünger aus. Das empfinde ich als übergriffig. Und ich empfinde es nicht als Kompliment. Weil ich mich auch nicht, ich möchte es nicht als Kompliment empfinden, weil ich gar nicht in diesen Kategorien denken möchte. Du siehst ja viel jünger aus, als du bist. Was soll denn daran wichtig sein? Ja, vor allem da steckt ja eine Beleidigung darin. Weil im Grunde ist doch so, wer bin ich und wie sehe ich aus? Also attraktiv bist du dann in dem Vergleich, weil der gesellschaftliche Vergleich sagt, du musst möglichst jung aussehen. Bin ich schön oder bin ich nicht schön? Das soll der Betrachter bitte entscheiden, indem er vor mir sitzt und mich betrachtet, aber nicht, indem er mein Alter als Kategorie zu Rate zieht. Das kann ich total, das geht mir genauso. Das macht mich richtig sauer. Ich weise dann dezent darauf hin, ja, ich brauche auch gern, ein Kompliment für meine blauen Augen oder für mein Wesen oder meinen Humor ist mir lieber, ehrlich gesagt. Ist aber lustig, weil du hast eine tolle Ausstrahlung. Darüber freue ich mich, weil da kann ich was dafür. Aber dass ich vielleicht weniger Falten habe als andere, das ist ja auch... Es entfernt Frauen ja auch voneinander. Du wirst ja sofort in den Vergleich reingebracht. Auch das so ein tiefer Imprint. Also, dass wir ständig in den Vergleich gebracht werden dadurch. Also, diese ganze Schönheits- und Diätindustrie, ich sage dir das, du brauchst keine Machtstrukturen mehr und irgendwie kein Taliban-Regime. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber diese Scham darüber, wie wir aussehen und wie wir zu funktionieren haben, ist so tief in uns eingeprägt, und das ist das Verteufelte an Scham. Das ist nicht wie Schuld oder so, was du vielleicht gegenüber jemandem empfindest oder das ist ein spontanes Gefühl, das sich in der Situation ergibt, sondern Scham bleibt und setzt sich bis in die Nacht fort und bis in diese intimen Momente vorm Spiegel. Da ist das abrufbar. Wenn wir mit uns allein sind und uns da betrachten und dann anfangen, ah ja, warte mal hier, Zellulitis und puh, das ist runtergerutscht. Mit diesem kritischen Blick, dann hat es diese Industrie, die so viel damit verdient, dass wir uns defizitär fühlen, gewonnen. Weil dann hat sie unser Gefühl erreicht im intimsten Moment, wo selbst Alexa nicht mehr hinterherkommt oder Google. Verstehst du? Da haben sie uns gepackt. Wenn man allein mit sich ist und sich hässlich findet. Genau. Und das ist meine große Mission. Aber ganz ehrlich, wie stehst du denn vorm Spiegel? Also ich muss sagen, da kann ich mich, wie soll ich sagen, ich versuche mich zu befreien und es gibt auch Stellen an meinem Körper, die finde ich schön, weil sie eine Geschichte erzählen. Zum Beispiel meinen Bauch. Der ist wirklich kein, ich will gar nicht mit dem Begriff Schönheit, man sieht diesen Bauch an, was der alles mitgemacht hat. Schwangerschaften und sehr viel Chips gegessen und mal dünner und mal dicker. Und ich mag die Geschichte, die er erzählt. Deswegen stört er mich nicht. Aber es gibt andere Stellen an meinem Körper, das fällt mir sehr schwer, die zu lieben, weil irgendjemand mir irgendwann gesagt hat, dass das hässlich sei. Das wusste ich ja vorher gar nicht. Das wird einem ja irgendwann erzählt. Woher weiß man denn, dass Orangenhaut hässlich ist? Das hat ja irgendjemand beschlossen. Das ist ja nicht per se hässlich. Ja, das hat eine Industrie beschlossen, die mit Cellulite-Cremes, ein fucking Geld verdient, unfassbar viel Geld. Es sind hunderte Milliarden Umsätze und das darf man nicht vergessen. Gut, ich kenne das natürlich auch, solche Momente. Das heißt ja nicht, dass du, es ist ja immer ambivalent. Du strittst nie an, hast eine Sache erkannt und dann, Stichwort, Work in Progress in Würdealtern. Sondern das sind Lernprozesse, die in jedem Moment wieder da sind. So ist das jetzt wirklich, woher kommt das jetzt? Bist nicht wegen was anderem unsicher und unzufrieden. Meistens bin ich wegen einer anderen Lebenssituation unzufrieden. Meistens bin ich wegen Beziehungen, die bröckeln oder die sich verändern unzufrieden. Meistens wegen einer Jobsituation. Und weil wir darin so geübt sind oder ich auch, beziehe ich das an etwas Körperliches und denke, boah, heute hast du aber echt Ränder unter den Augen. Ich sage dir was, weil du mich das gerade gefragt hast. Tatsächlich war ich, glaube ich, noch nie so zufrieden damit. Und zwar nicht, weil ich jetzt irgendwie es schaffe, jeden Tag zu joggen oder so. Aber ich habe gespürt, dass mein Körper mir eine letzte Chance gegeben hat, ihn anzunehmen und auf ihn zu hören. Und dafür bin ich dem total dankbar. Und ich habe die Erfahrung gemacht, was der alles kann. Oder dass der jetzt in diesem Alter vielleicht viel mehr als mit Mitte 20 fantastischen Sex haben kann. Also das ist der Körper, mit dem man jetzt diese schönen Dinge genießen kann. Und das Schlimme an diesem Einreden von Scham oder Defiziten sind, dass es dir so wahnsinnig viel Lebensqualität wegnimmt. Und so wahnsinnig viel Energie. Ich schlage jetzt gerade die Hände vor das Gesicht, weil ich so oft erlebe, wie Frauen, bitte schmeißt alle eure Wagen aus dem Fenster. Bitte, bitte, ich möchte alle, ich würde die am liebsten einsammeln und daraus eine Schrottaktion machen. Wie viele Frauen morgens aufstehen, eigentlich vielleicht in den blauen Himmel gucken, ins Bad gehen und als erstes auf die Waage steigen. Und bis dahin waren sie noch gut gelaunt. Bis dahin waren sie okay, haben sich gespürt, haben sich auf den ersten Kaffee gefreut oder wie auch immer. Und dann ist die Laune im Keller. Warum? Warum tut ihr euch das an? Wieso sind wir nicht alle sauer auf eine Industrie, die uns einredet, dass wir so und so zu sein haben? Und warum holen wir uns nicht diese ganze Zeit und Lebensqualität zurück? Ja, und vor allen Dingen tatsächlich, wie du sagst, wenn man aufsteht und sagt so, oh, Gelenke, ich bin zu schwer, das spürt man ja. Auch da muss man nicht auf die Waage. Und es ist ja schon sinnvoll, was wir auch sagten, in sich hinein zu horchen und Warnsignale ernst zu nehmen. Es muss ja nicht gleich der Herzinfarkt sein, es können die schmerzenden Knie sein oder was auch immer. Oder es auch in Kauf nehmen, dass du einfach sagst, okay, pass auf, ich weiß, ich werde heute mit dieser Freundin diese Flasche Cremant kippen und ich weiß, dass ich am nächsten Tag ein bisschen Kopfschmerzen habe und dass es nicht gut ist fürs Herz oder ich zwischendurch. Aber ich möchte das jetzt, ich möchte den Abend so genießen und dann weiß ich, wie es mir am nächsten Tag geht. Ja. Aber es ist, diese Bewertung, also sagen wir so, ich bewerte, was ich früher immer getan habe, ist immer mit dem früheren Ich vergleichen. Das kenne ich ja auch. Warum sollten wir uns mit dem eigenen Ich mit 30 vergleichen oder wie wir da aussahen? Wenn man jetzt Fotos schaut, kann man sich die Erfahrung drum und drum, die man da gemacht hat, anschauen oder die Erlebnisse oder davon den Kindern erzählen. Aber ich vergleiche mich nicht mit meinem 30-jährigen Ich, vergleiche mich, wenn überhaupt und eigentlich gar nicht mehr mit Leuten in meinem Alter. Und zwar, was machen die? Und da hole ich mir eher Impulse und nicht, wie sehen die aus? Ja, das versuche ich auch. Das ist für mich manchmal ein harter Prozess, wo ich mir auch innerlich auf die Zunge beißen muss. Ich glaube, ich habe es hier auch schon mal irgendwann erzählt, dass ich früher mit meinem Mann zusammen wie selbstverständlich über das Aussehen von Leuten im Fernsehen gelästert habe. Ja, klar. Ist ja auch zur Entlastung. Ja, aber das machen wir nicht mehr. Also es geht nicht mehr über Körperform und nicht mehr über Alter. Vielleicht mal eine blöde Klamotte oder natürlich was die sagen. Aber eine Politikerin zu sagen, die hat aber eine ätzende Stimme oder guck dir die Haare an, das kommt bei uns nicht mehr vor. Da mussten wir uns aber wirklich disziplinieren. Und mein Mann hat sich auch den ein oder anderen sozusagen verbale Schlag von mir eingefangen, wo ich sagte, das geht nicht mehr. Sehr schlau. Ich glaube nämlich, das ist auch auf einen selbst, dass du das mitschleppst und diese Bewertung dann unbewusst auch auf dich selbst anwendest. Also ich glaube, man kriegt das irgendwie wieder zurück. Du hast geschrieben in deinem Buch am Morgen nach dem Herzinfarkt, am nächsten Morgen bin ich schlagartig erwachsen. Wahrscheinlich ist auch das eher ein Prozess noch gewesen, aber offenbar hat ja der Herzinfarkt einen Prozess angestoßen, vielleicht auch nur einen Prozess beschleunigt, der ja gar nicht verkehrt ist. Das kam eben auch so durch, dass du vielleicht mit einem Herzinfarkt macht man sich auch einfach nicht mehr so viele Gedanken über die Dellen in seinem Oberschenkel. Kannst du da nochmal auf den Prozess des Erwachsenwerdens nach diesem Ereignis, wie der so in Gang gekommen ist, das nochmal erklären und vielleicht auch, wie sich deine Sicht nochmal auf dich selbst, auf dein Älterwerden, auf den Buchtitel Ich möchte gerne in Würde altern, aber doch nicht jetzt. Das Jetzt ist ja jetzt. Also wie sich das verändert hat mittlerweile, dein Blick. Also das ist natürlich mit Augenzwinkern gemeint nach dem Motto, man will das immer nicht. Du weißt, es gibt Sachen, die du nicht umgehen kannst im Leben und du versuchst, drum rumzukommen. Und weil das so aufgeladen ist mit Verfall in unserer Gesellschaft und mit Siechtum und mit ignoriert werden und raus sein aus der Gesellschaft, willst du das nicht annehmen? Es ist gar kein Reifeprozess mehr in der Diskussion oder in der Debatte oder Wahrnehmung. Es ist einfach ein Prozess geworden, der irgendwie ins Nichts oder ins Ende führt. Und das ist ja an sich schon eine Diffamierung einer Veränderung, die immer Ressourcen und Potenzial hochbringt. Was der Körper und der Geist und das Wesen Seele, wie immer du es nennen magst, in dieser Veränderung bewerkstelligen und leisten kann, dass also Erfahrung hochkommen kann, dass Dinge in dir gearbeitet haben über Jahrzehnte. Ich habe ja auch wahnsinnig viel mitzuteilen. Ich will niemanden zuquatschen und kein Women's Planning machen, aber tatsächlich habe ich ja wahnsinnig viel gelernt über solche Prozesse, wo ich auch Jüngeren, man ist nicht umsonst auch Senior, finde ich, das sollten andere auch viel mehr nutzen und sollte auch so wahrgenommen werden, als Lebensberater für andere. Ich habe gesagt, okay, pass auf, das habe ich auch versucht mit dem Organisieren, das geht nicht, da musst du mit der Lücke leben und ich glaube, es gibt drei Bereiche, apropos Erwachsenwerden, die du nie umgehen kannst und das ist Unsicherheit und das war ganz extrem während Corona, mussten wir da alle Ressourcen aktivieren, um damit klar zu kommen. Das ist Schmerz, du kannst keinen Schmerz vermeiden in deinem Leben, es kommen und gehen Leute, es ist körperlich passiert was, es passieren dir Dinge, du verlierst Dinge, du wirst Verletzungen, du wirst beleidigt werden, was auch immer. Schmerz lässt sich nicht umgehen, Unsicherheit lässt sich nicht umgehen und du musst hart arbeiten an Dingen. Arbeit lässt sich nicht umgehen. Und wenn ich jetzt sagen soll, was mich manchmal irritiert an der ganzen sozusagen Entwicklung bei Millennials oder Political Correctness ist der Versuch, mit Sprache oder mit Maßnahmen oder mit klaren Regeln und tausend Regeln Schmerz zu vermeiden. Und du kannst nicht, du wirst, wenn du jetzt noch so behütet an einer Uni jetzt unterwegs bist, als junger Mensch und da wird jeder Spruch, der irgendwie sensibel sein könnte, überpinselt und da werden Bücher durchforstet. Du wirst in Watte gepackt dadurch. Dann darfst du aber nie nach Südamerika reisen, dann darfst du dich nie in diese Welt rausbegeben, weil es kommt dann doppelt und dreifach um, da kriegst du es um die Ohren gehauen. Und ich glaube, da sind wir ganz klar mit mehr Widrigkeiten aufgewachsen, mit mehr Sexismus aufgewachsen, zu erkennen, dass wir aus diesen Erfahrungen, dem, was wir überwunden haben, was unser Körper geschafft hat, was unser Geist geschaffen hat, wahnsinnig viel zu bieten haben, das einfach abgewertet wird oder nicht genutzt wird. Das ist ja eine Sache, aber es ist da. Und das war für mich auch Teil des Erwachsenwerdens zu sagen, Stopp, Boundaries. Also ich setze jetzt klare Grenzen gegenüber dem, was ich mir einreden lasse und ich stehe auch für Vergleiche nicht mehr zur Verfügung. Ich stehe für Machtkämpfe für bestimmte nicht mehr zur Verfügung. Und das war die größte Veränderung auch, dass sehr viel Bewegung reinkommt in Leute, die dir nahestehen und in Freundschaften, dass sich da sehr viel verändert. Du verlierst über diese Sachen und über diese Erkenntnisse und über dieses klar Wahrnehmen verlierst du Leute, von denen du dachtest vorher, dass sie dir nahestehen oder wichtig sind. Und tatsächlich war es aber eine Schräglage, weil Aufmerksamkeit ist nicht gleich Empathie. Und Attachments, sage ich mal, wenn jemand anheftet, ist das nicht gleich Verbindung. Das ist so interessant, was du sagst. Das sind so zwei, drei Sachen, die du plötzlich merkst, ich habe ein Unwohlsein vorher gehabt und habe das nie realisiert. Und dann merkst du, du möchtest auf Distanz gehen und dann merkst du, was mit diesen Beziehungen passiert. Und da kommen plötzlich Brüche, da kommen plötzlich Cracks, sage ich mal, das Buch habe ich ja überschrieben, there's a crack in everything, that's how the light comes in. Und diese Brüche haben mir ganz klar Sachen auf Spotlight, auf Dinge geworfen, die ich aber auch dann erst ertragen konnte. Ich war wieder in Verbindung mit meinem Körper, ich hätte es vorher nicht ertragen, ich hätte es nicht nehmen können. Hat bei mir so lange gedauert. Manchmal denke ich mal, ich begegne manchmal Menschen, die mit 30 so weit sind und bin voller Bewunderung und denke, voller Bewunderung kann ich sagen, ich denke so, oh wie schön, du musstest gewisse Dinge nicht lernen. Aber bei mir ist es so und deshalb stelle ich das auch nicht in Frage oder lasse mich auch nicht rushen oder sage, ja das müsstest du doch wissen, dieses Ding, ja da muss man auch dies und jenes erfahren haben. Nee, ich war halt spät dran, aber dafür kann ich umso mehr erzählen darüber jetzt. Diese Cracks, wo das Licht reinscheint, die können natürlich auch wirklich zu Zerbrechungen führen, zum Beispiel deine Ehe. Ich habe einen Satz, der mir so wahnsinnig gut gefallen hat, den deine Tochter gesagt hat, ihr seid verheiratet, kommt klar. Das finde ich übrigens wahnsinnig weise. Das ist in deinem Fall irgendwann nicht mehr gelungen. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber da wir über diese, die Veränderungen, die beim Älterwerden sprechen und eben auch über Beziehungen, die bestimmte Gefühle nicht mehr auslösen oder bestimmte Ansprüchen vielleicht auch nicht mehr genügen. War deine Ehe auch so eine? Ich glaube, es hat was, ganz sicher kann ich sagen, dass es was zum Vorschein gebracht hat, was davor schon sich abgezeichnet hat, auch ohne, dass ich es gemerkt habe. Und ich kann auch für mich sagen, jeder muss ja so ein bisschen Bilanz ziehen, was habe ich gemacht, versucht, dass ich sehr, 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 sehr viel versucht habe. und auch stolz drauf bin auf die 20 Jahre, die da zusammengekommen sind. Da keine gescheiterte Ehe ist, eine, die zu Ende ist. Genau, das ist auch so eine Definition und so eine Betrachtung. Das ist auch seltsam. Das ist ja auch eine interessante Sache, der man begegnet, wie man beurteilt wird als Geschiedene oder wie die Leute dich betrachten. Also es wird als scheitern, also nicht als Schritt, als etwas aus, etwas heraus, als eine Weiterentwicklung und zwar wahrscheinlich für zwei Leute. Ich kann da immer nur für mich sprechen, finde es anmaßend, das für den anderen zu tun oder so. Also es ist ganz klar eine Weiterentwicklung und eine Chance und manchmal kann man das zusammen und gerät das nicht in eine Schieflage unter unerträgliche Spannung, wenn sich was auseinanderentwickelt. Das zu erkennen ist ein Schritt und heißt aber auch noch nicht, dass du es zusammen hinkriegst. Also da war mit Sicherheit diese Herzgeschichte ein Katalysator. Das hat eindeutig Dinge beschleunigt. Weil du dann auch ungeduldiger wirst und denkst, nee, ich lebe jetzt so. Also ich, womit möchte ich leben? Was möchte ich aushalten? Und das ist auch, finde ich, typisch für unsere Generation. Bei mir im Schweif der Nachkriegsgeneration, also meine Eltern sind noch Kriegsgeneration, Trauer musste weggepackt werden, durfte nicht stattfinden, weil das war die Tätergeneration. Auch wenn sie jung waren und Teenager waren, wurden sie damit eingepackt. Diese ganz Dinge, die hier passiert sind, Flucht, Vertreibung in Anführungsstrichen an Stimmen, die mussten ihre Gefühle, also wirklich so weit wegpacken. Und wir sind die Generation danach, die damit aufgewachsen ist, das auch abzukapseln. Die konnten es nicht ertragen, zum Beispiel, das merke ich ganz häufig, dass da eine Übereinstimmung mit vielen aus meiner Generation ist, dass man Gefühle lernen muss, dass man zum Beispiel, die überhaupt anzunehmen, dass dann Trauer, wenn du Eltern hast, die das wegpacken mussten, können die das bei dir als Kind nicht ertragen, wenn du heulst über dein aufgeschlagenes Knie, sondern du musst ganz schnell abgelenkt werden. Ja, ja, aber guck mal da, der Schmetterling, guck mal hier, da. Und du kommst nicht dazu, das zu spüren. Und leider kommst du da nicht drum rum. Also auch da sind wir so vorbelastet. Und deshalb habe ich auch, glaube ich, in dem, wie ich Menschen auch angezogen habe, und das betrifft alle möglichen Beziehungen, auch Freundschaften, die darüber jetzt auch noch in die Brüche gehen. Ich habe immer gesagt, komm her mit dem, was du in mir siehst, so, was du an mir abarbeiten musst. Ich halte das aus. Kommt alle her, ich halte das aus, das ist okay. Ich halte die Spannung aus, ich halte diese Kämpfe aus, die du irgendwie mit mir austragen musst, um was zu lernen. Ich mache das alles mit. Und manchmal ist das fruchtbar, wenn man das miteinander austrägt, aber viel zu häufig, für mich kann ich das sagen, habe ich das angenommen und gedacht, das ist so, das macht halt Freundschaft, aber ich bleibe halt dran. Ich mache hier, ich habe dieses Wort, das finden, das klingt vielleicht schrecklich, weil es aus dieser Generation auch kommt. Viele haben so einen, und das trifft auf die Elterngeneration noch viel mehr, zu so einem Kadavergehorsam, was ihre Beziehung angeht das heißt, es tut dir schon längst nicht mehr gut, du kommst irgendwie selber von deinem Ichsein ab und das meint niemand böse, nur der andere kann nicht resonieren auf deine Entwicklung oder auf das, was du möchtest. Und dann musst du irgendwann gehen und besser früh eigentlich, weil dann gibt es nicht diese furchtbaren Streitigkeiten, die für Kinder auch ganz furchtbar sind. Also daraus würde ich, das würde ich gerne anderen sagen, lieber dann früh gehen oder lieber früh alles auf den Tisch packen, weil die Bedürfnisse kommen sowieso hoch. Deshalb finde ich, ehrlich gesagt, diese ganze Nummer mit diesen Polyamorien, Beziehungen, die ja gar nicht so laufen müssen, aber zumindest wird das mal in Frage gestellt. Zumindest gucken wir uns jetzt mal an und sagen, müssen wir denn dieses Modell pflegen, das dafür gemacht war, dass Leute zehn Jahre miteinander aushalten vor mehreren Jahrhunderten? Müssen wir das jetzt wirklich 50, 60 Jahre durchziehen? Wenn wir das wirklich wollen, muss das doch ganz sicher unter anderen Bedingungen stattfinden, sodass jeder sein eigenes Leben noch leben kann und dass du nicht in ein Loch fällst, wenn die Kinder weg sind. Ja, sich aus diesen auch eigenen Konventionen zu befreien. Man möchte nicht einen Herzinfarkt haben müssen, um schneller so weit zu kommen, wie du jetzt vielleicht bist. Wie kann man praktisch den Herzinfarkt simulieren? Weißt du, was ich meine? Also zu sagen, ich will die Weisheit, ich will aber nicht den Schmerz. Ich bin sehr gebaut um Schmerzvermeidung. Ich musste tatsächlich, glaube ich, 45 werden, bis ich bei der Zahnreinigung nicht mehr nach einer Narkose verlangte, sondern auf die Idee kam, das halte ich jetzt einfach mal aus. Das war für mich revolutionär und das ist noch nicht lang her. Deswegen auch hier bin ich bemüht, den kürzesten und am wenigsten schmerzhaften Weg zu finden. Wie kommen wir um den Herzinfarkt herum und trotzdem dahin, wobei die Wechseljahre das auch, finde ich, mit sich bringt, so schnell genug klüger zu werden, damit wir noch richtig lange was davon haben. Hör mal, ich hoffe doch sehr, dass alle anderen das schlauer machen als ich. Ich sage ja, das war eine ganz krasse Reaktion. Wie geht es denn schlauer? Ich hätte das, ich kann dir sagen, was eine Kardiologin, man hat ja mit vielen Ärzten zu tun, eine sehr nette Kardiologin, die erste, wo ich das geführt habe, die hört mir zu, hat gesagt, du musst was gemerkt haben und zwar über Jahre. Guck zurück. Und wenn ich jetzt zurückblicke, war da natürlich was. Da sind Atemlosigkeiten, da sind, wenn das Herz hier vorne, wenn du versuchst, etwas zu vermeiden, du sprichst gerade von Schmerzvermeidung, was macht man, wenn man da was spürt? Du rollst die Schultern nach vorne, du verkrampfst diesen ganzen Bereich, du merkst, dass du kurz atmest. Das ist der Atem, den Bauch gar nicht erreicht zum Beispiel. Und wenn das ein Zustand ist, dieses nicht mehr reagieren können und deshalb in Flight, Fight, Freeze gehen, weißt du, und dieses Totstellen, Kämpfen oder so, dann ist der Adrenalinspiegel, weil du alles dein Leben ständig wegorganisiert, abarbeitest, ständig so hoch, dass darunter das Organ irgendwann streikt. Und das sind ja alles Dinge, die du vorher bemerken kannst. Du kannst bemerken, wenn dich etwas anfasst, wenn du das schulst und reinhörst, wenn dich etwas, wenn du nonchalant versuchst, über eine Beleidigung hinwegzugehen, über eine Bewertung hinwegzugehen. Wir sind ja immer gut darin zu sagen, das berührt mich nicht, der kann mich nicht erreichen, das trifft mich nicht. Hey, da bin ich viel zu souverän. Ganz oft in Begegnungen haben wir Dinge, Bewertungen, die wir bewusst nicht spüren und du merkst nur, hier ist ein Kloß im Hals plötzlich. Oder du gehst auf Distanz oder du spannst dich an. Also wirklich so Mikro-Reaktionen, wo dein Körper im ersten Moment schlauer ist als du, weil der reagiert auf diese Begegnung oder der reagiert auf diesen Anspruch, der dich überfordert. Und dem zu folgen und zu sagen, okay, stimmt, stopp. Du kannst das alles spüren. Ich habe es nicht mehr gemacht. Nun gibt es aber kein Leben, was nicht überfordert, oder? Wir stehen ja alle in Realitäten, die auch oft nicht zu vermeiden sind. Also wer kann schon dann mittags sagen, jetzt lege ich mich ein Stündchen hin, weil es mir gerade arg fiel. Das ist ja auch, also keine Überforderung ist nicht realistisch. Stimmt. Aber nicht als ständiger und chronischer Zustand. Ja, nicht als chronischer Zustand. Und das finde ich ein Riesenthema für Frauen, weil auch da einerseits Schönheitsindustrie, das andere ist diese Care-Arbeit, dass wir rein sozialisiert werden, alles Mögliche wegzuschaffen und das auch nicht mehr merken. Und wir sind ja da teilweise urban unterwegs in einer Situation, wo wir das reflektieren können. Wenn ich bei einem Landfrauenverein einen Vortrag halte und mitbekomme, dass die Töchter in einer Familie die Schwiegerväter pflegen, weil der Mann dafür gar nicht in Frage kommt, sondern die Rollenaufteilung so ist. Um das mal auf die Spitze, um das mal zu benennen. Gleichzeitig sind sie vielleicht in einem Betrieb drin, wo sie auch noch mitarbeiten. Für gar keinen Lohn oder Mindestlohn. Keine Absicherung. Sie arbeiten in dem Betrieb mit für ein gemeinschaftliches Einkommen. Pflegen Familienangehörige. Ziehen die Kinder hoch. Und am Ende, wenn das Ding scheitert, stehen die vor dem Nichts. Und zwar N-I-C-H-T-S. Wirklich nichts. Weil sie nichts gehört, weil das nirgendwo sich abbildet, weil das niemand bezahlt hat, weil niemand Rente eingezahlt hat. Also auch diese Wertschätzung, sich Care-Arbeit aufdrücken zu lassen und von der ganzen Gesellschaft uns dafür zuständig zu erklären. Ich finde es ja toll, wenn wir uns über Muttersein auseinandersetzen, über die Gefühle, Verantwortlichkeiten und wo wir uns loslösen können. Aber mal in Frage zu stellen, können wir davon auch viel mehr abgeben? Was ist denn jetzt eigentlich? Wann sind wir denn so weit, dass wir die Care-Arbeit 50-50 teilen? Auch in den einzelnen Beziehungen, weil sonst kommen wir mit der ganzen Nummer, mit Patriarchat auflösen und so weiter und mit den Frauen, die jetzt 50 Prozent des Geldes, der Ressourcen, der Macht haben sollen. Das muss das Ziel sein. Kommen wir nicht weiter, wenn wir da stecken bleiben? Jetzt bin ich schon wieder Missionaris und bin irgendwie unterwegs, aber es ist auch ein Thema, für das ich brenne. Und es fängt ganz früh an mit diesem Festlegen auf, ich bin zuständig für. Wie unterscheidest du zwischen Brennen, Leidenschaft und Stress? Stress entsteht meistens dann, wenn ich zu viel auf einmal mache und wenn es fremde Erwartungen oder Schablonen sind. Wenn ich merke, dann versucht jemand, ja gut die Idee, aber lass uns das sowieso machen. Wenn ich da von meinem Überzeugungen, die sich natürlich auch verändern, irgendwie abweiche und so einen zu großen Kompromiss mache. Kompromiss ist immer gut, du bist immer im Team unterwegs, in der Familie, in der Arbeit, bist du immer im Team unterwegs. Wann gehst du da über eine Grenze hinweg, wo es dir wirklich wichtig ist und wo die Botschaft verwässert wird? Hast du den Eindruck, dass du manchmal zu weit gehst? Hast du manchmal Angst, einsam zu werden, weil du so streng geworden bist? Weil du, jetzt hast du auch noch deinen Mann vergrault, etliche Freundschaften gekündigt? Weißt du was? Nee, nee, das ist keine selbstständige Sache. Die habe ich nicht alle gekündigt, sondern die verschwinden interessanterweise von allein. Weißt du, was ich meine? Weil ich merke an mir so eine, schon, ich schaue viel genauer hin. Ich schaue mich genauer an, ich schaue andere genauer an, ich gucke was, was bekommt mir, was bekommt mir nicht so gut. Und dann denke ich, hoffentlich werde ich nicht so eine schmallippige Alte, die keiner mehr leiden kann, weil ich keinen mehr leiden kann, weil ich ja jetzt nur noch auf mein eigenes Wohlbefinden achte. Dann können wir beide uns ja verabreden. Was hältst du denn davon? Nee, dich kann ich dann bestimmt auch nicht mehr leiden. Ach so, ja stimmt, okay. Bin ich auch raus. Nee, das wäre jetzt schade. Ich weiß genau, was du meinst, aber ich muss ehrlich sagen, das ist ja auch wieder so ein Klischee. Also wenn du sagst schmallippig, kann ich nur sagen, dass ich über diese Erfahrung, ich docke ja viel mehr bei meinem Körper, bei Genuss, bei Fliesenlassen, bei Zulassen, also was ich nicht ändern kann, bei Nicht-Aushalten, was mir nicht gut tut. Ich würde sagen, meine Lippen sind deutlich voller geworden, wenn du das Bild nehmen willst, seitdem. Also wenn ich was verkrampft habe und der ganze Kinn, ich bin manchmal aufgewacht und hatte Muskelkater im ganzen Kinn, kennst du das? Wo du wirklich merkst, oh Gott, ich habe so die Zähne knirschen und du merkst, du hast so gearbeitet über Nacht, weil du das im Wachzustand nicht zugelassen hast und das hat sich alles erreicht. So eine Schiene. Ich auch, genau, die ich jetzt auch lange nicht mehr angewendet habe, aber das ist vorbei, es hat sich gelockert und zwar hier im Meridian einfach. Ich sage jetzt nichts, es ist vorbei. Ich merke ja selber, wenn ich jetzt mich anstrengende, eine Antwort zu geben, zum Beispiel geht das sofort wieder los. Also ich muss mich ständig da selber dran erinnern, aber ich bin in allem irgendwie weicher, empfindsamer und voller geworden, aber auch flexibel. Der ganze Körper ist flexibler geworden und meine Mental Health, sage ich immer, diese englischen Worte, meine mentale Gesundheit auch, sodass ich, wenn du sagst, einsam und so weiter, diese Boundaries bedeuten ja nicht, die Grenzen, die du setzt, bedeuten ja nicht, dass alle nur verschwinden. Es kommen ja wahnsinnig viele dazu. Also es sind ganz viel Begegnungen passiert. Leute, wo ich wieder angeknüpft habe und mich gefragt habe, wieso habe ich denn überhaupt den Kontakt verloren? Was war denn los mit mir? Und die mir nach Jahrzehnten noch gesagt haben, weißt du, du warst nicht da. Also wenn da eine Frau war, zum Beispiel, die vorher getrennt war oder so und ich an diesem Paarmodell und Paare mögen Paare, das ist ja irgendwie so ein ganzes Universum für sich, aus dem du auch rauskippst und die mir jetzt sagen, tja, irgendwie war es da vorbei, weil ich war ja kein Paar mehr und ich zutiefst beschämt war, weil ich genau das auf andere angewendet habe und diese Begegnungen, diese Menschen sind jetzt wieder da. Ich habe ja eine ganz andere Resonanz. Ich gehe anders raus in die Welt und treffe andere Leute und habe ganz wunderbare, ganz andere Begegnungen. Es ist eben nicht nur Verlust, im Gegenteil. Ja, es ist nicht nur Verlust, im Gegenteil und trotzdem stehen ja Abschiede an. Fühlst du dich da ganz gut gewappnet? Nee, das tut weh. Ich will auch gar nicht gewappnet sein. Wappnen würde ja bedeuten, ich baue vorher ein Panzer auf, damit ich es besser aushalte. Es gibt so eine wunderbare Technik, die ich auch so ein paar Sachen, die ich immer so gelernt habe über die Zeit, die ich so gerne weitergebe, diese Rain-Technik. Ich weiß nicht, und durchzugehen. Blöderweise, ganz wichtig, Schmerz lässt sich einfach nicht wegdrücken, vermeiden. Und wenn du eine Traurigkeit hast über einen Abschied, dann habe ich nichts Besseres bis jetzt gelernt, als du liegst, es macht dich platt, du streckst alle Viere von dir und lässt die Scheißwelle durch dich durchrollen. Ich habe keinen Anblick, ich kenne keinen besseren Weg, weil ich nur dann die Erfahrung machen kann, es ist jetzt ganz schlimm und mein Herz pumpt und ich bin traurig und heule und alles und es überwältigt mich, aber dann ebbt es wieder ab. Weil das einfach so ein universelles Gesetz ist. Vielleicht Ebbe und Flut, Herzschlag ist einmal an, die Flüssigkeit. Ich würde sofort in die Ablenkung gehen. Ich würde sofort anfangen zu stricken, obwohl ich nicht stricken kann, aber ich würde denken, ich muss was anderes tun. Meine Erfahrung ist es, dass das dann auf anderer Seite, im Extremfall, wenn man fragt, auf anderer Seite wieder hochkriecht und sich einen Weg bahnt. Diese Art von Leben, Dinge von Leben, die zum Leben gehören, wie Schmerz oder etwas eben durchleben zu müssen, bahnen sich ihren Weg und wenn du die wegdrückst oder das verschiebst, kommt es verspätet wieder hoch. Und das kommt dann so schlimm, dass meine ich jetzt ein für alle mal gewarnt bin und ich merke, manchmal merke ich es auch nicht, ich werde dann ja sauer. Ich projiziere ja auch. Ich mache alle möglichen Sachen, um das loszuwerden. Ich kacke jemand anders dafür an. Ich versuche mich mit irgendeiner Sache durchzusetzen im Job, obwohl ich eigentlich was anderes von jemand anders gehört werden möchte. Und ich lerne immer besser zu unterscheiden, was war es jetzt eigentlich? Was war das eigentliche Problem? Und dann fände ich, oh Gott, das und das, was wir ausgetauscht haben oder so. Und dann wende ich das darauf an, aber Rain, um darauf zurückzukommen, wenn etwas ansteht und du kannst es nicht vermeiden und du musst durch den Schmerz durch, dann mache ich mich platt, dann bin ich wie ein überfahrenes, überfahrenes Tier auf der Straße, platt, ich lasse es durch mich durchrollen. Das heißt, recognize, also erkennen, accept, diesen Schmerz, einfach in dem Moment akzeptieren, auch wenn du denkst, das ist so schlimm, ich sterbe jetzt, das gibt es ja auch. Invest, herausfinden, wo kommt es her, was ist passiert, ist das ein Abschied, den ich akzeptieren muss, ist das jemand, was gebe ich dem mit, was behalte ich von dem? Und dann ja, invest und Rain und Nurture, dann den Bereich, der dir fehlt, ernähren. Das, was dir abgängig ist durch diesen Menschen, weil es immer was gibt, was abgängig ist. Es gibt immer eine gemeinsame Geschichte, aber von der muss man sich nicht verabschieden. Und wenn ich jetzt alte, das ist Schmerz gleichzeitig, wenn ich jetzt alte Familienfotos gucke von Fantastischen Reisen und Schön, dann ist immer beides da. Dann ist immer der Schmerz, dass das vorbei ist und dass ich den Kindern teilweise eben auch die Gültigkeit dieser Erinnerung, bis in ihr, bis ich sterbe, nehmen muss, weil das gibt ja auch einen Halt. Das musst du denen nehmen. Das ist das Säcklein, mit dem die klarkommen müssen dann. Das ist scheiße, lässt sich aber nicht ersparen. Und gleichzeitig ist eine Sehnsucht da noch da, weil ich durch viele Reisen, die ich gemacht habe und da kam der Impuls, eher von der anderen Seite Natur nochmal anders lieben gelernt habe. Es gibt viele Augenblicke, die bis heute in mir resonieren und ankern, wo ich auf einer Schneepiste gestanden habe oder wo ich in einem Wald gestanden habe oder in einem Zelt geschlafen habe und am nächsten Morgen nach einem Sturm in der Nacht in die Sonne geguckt habe. Das hätte ich nie vergessen. Das ist eigentlich nicht vergangen. Nee, das ist ganz präsent in mir. Und das ist das, was mich nährt daran. Aber der Abschied tut natürlich erstmal auch weh. Auch wenn du weißt, es ist absolut besser so und ganz richtig, ist das was, du verabschiedest dich von, ja, von der Sicherheit, von der Planbarkeit, von der Voraussehbarkeit und fängst von vorne an in den vielen Dingen. Von der Vorstellung auch, die man so hatte von seinem Leben. Total. Auch so wie von einem funktionierenden Herzen, von einer funktionierenden Beziehung. Das ist auch ganz tief, das kriegen wir natürlich auch. Meine Eltern sind natürlich zusammengeblieben. Die haben das alles ausgehalten und am Schluss auch eine ganze Menge Spaß noch gehabt. Das hat für die funktioniert. Aber du hast ja das Gefühl, du verrätst alle. Diese Scham und Schuld darüber, ich habe dieses Modell nicht zu Ende gebracht. Und du siehst an den Blicken anderer Menschen, ach ja, also, die ist ja gescheitert. Also egal, wie lange du verheiratet warst, das ist natürlich, kommen aus einer Kleinstadt. Diese Bewertungen sind immer im Raum. Die habe ich auch für mich übernommen. Und da auch zu unterscheiden, aber du kriegst ja was in die Ohren. Und ich fühle mich natürlich schuldig und bin scham, ich fühle mich schuldig. Ich werde immer so bleiben. Ich kann nur an jedem Tag, wo das hochkommt, sagen, was war es jetzt nochmal? Aus Schuld heraus kommen immer nur Scheißreaktionen. Aus Schuld heraus bist du nie, kannst du nie, angemessen mit Kindern sein. Schuld und Scham. Bei mir schleicht sich aber auch immer ein bisschen Neid ein, wenn ich von späten, ich nenne es jetzt mal eine späte Trennung höre, weil sie auch so viel neue Möglichkeiten eröffnet. Wobei, was du eben sagtest, das finde ich interessant und wichtig, vielleicht muss man sich nicht unbedingt trennen, wenn man sich von Konventionen trennt. Und das bewundere ich sehr, wenn es Paaren gelingt, zusammen zu bleiben, aber auf einem anderen Weg, als den konventionell hergebrachten, das zu tun. Das finde ich ist auch nochmal für die Zukunft, glaube ich, ein Modell, was auch viel mehr praktiziert werden will. Andere Formen von Partnerschaft. Ja, und in der Partnerschaft vielleicht auch genau, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, mache das im Rückblick auf meine eigene Ehe, das ist Quatsch, aber ich könnte so viel darüber erzählen, an welchem Punkt man da vielleicht auch eingreifen kann und was man spüren kann, weil ganz wichtiger Punkt ist auch bei einer Trennung oder Scheidung, du trennst dich eigentlich vor allen Dingen von der Person, die du in der Beziehung geworden bist. Ach, das ist toll gesagt. Und nicht von dem anderen. Auch, ja, ja, so, dass das nicht mehr passt. Musst du dich dafür trennen von dem anderen oder gelingt das vielleicht? Nein, genau, da setze ich an, da ist mein Punkt. Also ich habe gemerkt, in diesem Tanz, den man da untereinander veranstaltet, ist auch viel Projektion dabei, weil du bist ja nie die ein oder die andere Person. Es bildet sich so raus und in einer Beziehung bist du plötzlich nur die Unsichere oder nur der Macher, der sagt, wo es lang geht oder die Macherin. Beide versichern sich dieser Qualität, in die sie am Anfang der Beziehung reinrutschen, indem der andere das Gegenteil präsentiert. Ich kann mir nur so sicher sein, weil du so unsicher bist. Und so können wir bei jeder einzelnen Diskussion über die Kinder oder die Organisation wieder in diese Rollen reinhüpfen und blöderweise wird darüber aus Jahrzehnten, in Jahrzehnten wird daraus eine Persönlichkeit. Es formt deine Persönlichkeit. Und du vergisst diesen anderen Teil, der vielleicht empfindsam war, Dinge gespürt hat, wie in meinem Fall, Dinge mitbekommen hat, andere Menschen gespürt hat, sondern du musst jetzt tun und machen. Und du wirst zu dieser Person und du kannst das in einer Beziehung aufbrechen, weil diese, blöderweise diese Bedürfnisse fliegen dir um die Ohren. Vor allen Dingen Emptiness, wenn die Kinder raus sind. Plötzlich stehst du da, du hast funktioniert, deine Bedürfnisse waren unterdrückt, nicht präsent, weil die hast du alle. Du warst für die Bedürfnisse anderer zuständig. Das ist auch eine Sache, die man früher schon mal aufweichen kann. Und dann fliegt dir das plötzlich um die Ohren. Und das ist ja genau der Zeitpunkt, wo diese Affären kommen, wo Dinge auseinanderfliegen, irgendwo, ich sag mal so, einer anfängt Halbmarathon zu laufen und der andere irgendwie Yoga-Kurse und es passt plötzlich gar nicht mehr zusammen und was reden wir eigentlich? Du musst natürlich viel früher darauf achten, worüber reden wir und auch sagen, du, ich hab mich daran erinnert, ich möchte eigentlich gern mal unsicher sein können oder ich möchte gern mal der Boss hier sein können. Dass du die umgekehrte Rolle einnimmst und man das wieder aufweicht. In zementierten Gefügen da wieder so eine Flexibilität reinzubringen, ist schwierig. Das kann nicht so lebendig waren. Mein Mann war so krank, der hatte so eine wirklich fiese Grippe, also richtig, so eine ganz, ganz schlimme Grippe und er war so wahnsinnig schwach, wie ich ihn noch nie erlebt habe. Okay. Und das war bei allem Schrecken eine gute Erfahrung. Und ich glaube auch für ihn, weil wir sprachen ja über diese zementierten Rollenbilder und ich glaube, dass ganz viele Männer letztlich auch darunter leiden, dass sie immer so stark vermeintlich sein müssen. Ja, ganz. Dieses Männerbild ist genauso toxisch wie das Frauenbild. Vor allem, wenn man dann auch noch Wesensarten danach aufteilt. Ich meine, wie viele, ja, das ist ja auch so, ist, glaube ich, schwer zu erklären, aber das bricht ja auch alles auf. Aber diese männlichen oder weiblichen Eigenschaften, die so assoziiert sind, sind ja komplett gleich und auf einem Kontinuum über die Menschen verteilt. Und natürlich ist es am besten, wenn du beides leben kannst, weil das ist gesund und das ist lebendig. Aber wenn du das gerade ansprichst, das ist ja auch so ein berührender Moment, wo du genau unterscheiden musst, wenn der andere jetzt als Mann, ja, weinerlich ist, dann bricht er natürlich mit diesem Rollen-Klischee. Und gleichzeitig ist das die vulnerabste Phase, auch wenn es eine lächerliche Grippe ist, wo du den anderen mal üben kannst, den mit dieser anderen Persönlichkeit, wenn er dann der Macher ist in der Rollenaufteilung, anzunehmen. Und so was lösten das bei dir aus. Und dann wird es eigentlich interessant, weil wenn das Ärger auslöst oder Ungeduld, dann weißt du ganz genau, ich lasse den jetzt auch nicht aus seinem Bild raus. Ich möchte, dass der stark bleibt. Ich war fast ein bisschen traurig, als es ihm dann wieder besser ging. Ja, gucke. Ich fand diese Schwäche und ich war so froh, dass er sich auch hingeben konnte, mir und meiner Pflege. Er war dann so schwach, dass er irgendwann sich auch nicht mehr gegen meine Pflege wehren konnte. Das habe ich sehr genossen. So echt, cool. Ja, also ich könnte auch tatsächlich so eine, weißt du, so wie diese Frauen, die ihren Männern immer so ein bisschen Arsen in den Tee tun, damit es denen immer so ein bisschen schlecht geht. Oh Gott, ich glaube, da gibt es literarische Beispiele. Aber damit er sich auch mal schwach fühlen darf. Also Achtung beim nächsten Getränk vielleicht. Cool. Ach, also, was für ein schönes Gespräch, in dem wir ganz viel angesprochen haben und was ganz viel in mir zum Klingen gebracht hat und mein Herz schlägt wacker und tapfer und ruhig und deines auch. Ja, genau. Also das merke ich, ich bin einfach entspannt hier. Genau. Die gehen ja auch in Resonanz, das weißt du, ne? Ja, zwei Herzen im Dreivierteltag heißt das, glaube ich. Also man geht in Schwingungen mit jemand anders oder eben nicht, ne? Und das ist, ich bin ganz entspannt und ja, fühle mich rund um wohl. Vielen, vielen Dank für diese schöne Begegnung. Ich habe zu danken. Es hat mir sehr viel Raum gegeben, das war toll und hat mich sehr wohl gefühlt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko von Frauenstimmen aus der 高-